Would you be the preacher? Would you be my... Waaaaaah! It's the dun-da-da-da I still got a lot of shit to learn, I'll admit it Hier war letztes Mal irgendwie, komischerweise, die... Kannst du mal ganz kurz? Die Autospur... Verzog... Das hab ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Ach fuck, schreibst du in der Aufnahmegruppe? Soll ich? Ja, ich hab das Fenster jetzt schon im Vollbildmodus. Also wenn ich jetzt zumach, ist die Aufnahme wieder weg. B-b-b-b-b... Aufnahme... B-b-b-b-b-b-b... Hashtag... Ungehackt... Folge... Fünf... Okay... Einen Moment noch bitte... So... Und von mir ist kommt losgehen. Also... Drei... Zwei... Eins... Guten Tag meine lieben Damen und Herren und willkommen zur... Fünften Folge... ATERRA 5... Was für ein Zufall... Und wir joinen jetzt... Ähm... Ja... Heute sind wir im Nether und müssen jetzt erstmal noch ein paar Sachen verzaubern. Ähm... Oh... Erstmal geile creepy Music. Ich stell meinen Zaubertisch da hin... Und dann... Und dann... Wo ist eigentlich unser Lapis? Ich hab Lapis... Ich hab Lapis... Wieviel? Einen halben... Einen interessanten Stack fast... Okay... Das heißt du hast jetzt auch noch... Ähm... Was wollte ich machen? Nice... Schärfe 1 instant... Soll ich das dir schwer verzaubern? Ja... Ich hab's schon getan... Okay... Nimmst der Gliederfüßler... Schärfe krieg ich auf 1... Soll ich auf 1 verzaubern? Ja... Mach mal... Äh... Du hast kein Eisen mehr oder? Doch... Ich hab noch 30 Eisen... Geil... Gib mal her... Dann hab ich direkt ne Schärfe 2 Dia Schwert... Äh... Äh... Ich hab noch ein Buch verzaubert... Und hab jetzt Schärfe drauf... Achso... Okay... Ist gut... So... Hm... Dann noch den Bogen verzaubern... Bam... Verzauber jetzt einfach mal auf 6... Bam... Auf 3 Level... Ähm... Okay... Hat auch nichts gebracht... Aber... Rüstung... Ah... Sicher Schutz... Nehmen wir Schutz... Schutz... Ist gut... Schutz ist immer schön... Schutz... Schutz... Nehmen wir Schutz... Na... Verzaube ich zuerst die Schuhe... Oh... Schuhe hier... Ist kacke... Schuhe hab ich Federfall... Easy... Habe ich keine einzige... Zauberung für meine Hose... Die gut ist... Ok... Verzaubern nochmal Schuhe... Vielleicht krieg ich jetzt Schutz... So... Ich hab überall Schutz... Wenn du mir noch Eisen gibst... Dann mach ich noch einen Kessel... Oder sowas... Ja... 18 sind noch übrig... Da... Danke... Ich hab überall Schutz... Bis auf die Schuhe... Da hab ich auch noch Federfall... Drauf... Also falls ich wer wundert... Im Nether... Kann man... Jetzt mach ich schon hier... Hast du deinen Bogen verzaubert? Ja... Hab ich... Hab alles verzaubert... Nice... Ich hab jetzt auch alles verzaubert... Kann man einen Kessel platzieren... Und Wasser reinmachen... Und sich... Du brauchst den Zaubertisch nicht mehr... Hm? Du brauchst den Zaubertisch nicht mehr... Ne ne... Ich bin fertig... Okay... Aber wir brauchen keinen Platz mehr... Ähm... So... Ich würde mal sagen... Ich nehme hier noch einen Stack... Warte... Haben wir noch einen Ofen? Ja... Haben wir... Dann brate ich jetzt noch mal kurz... Das ganze Essen... Geh mal raus... Okay... Und schmeiß mal ein paar Sachen weg... Wenn sie aus Holz sind... Können wir die auch verbrennen... So... Wenn ich dann... Ne... Na egal... So... Das brauche ich nicht... Schwarzpulfer hebe ich mal auf... Vielleicht brauchen wir irgendwann eine Falle... Hast du noch rohes Essen? Ähm... Ja... Ich hab noch Hamelfleisch raus... Ja... Ich schmeiß die einfach mal dahin... Okay... Ich hab ne Karotte... Ich weiß nicht... Sollen wir die aufheben... Und irgendwann süchten... Ich glaub das lohnt sich nicht wirklich... Oder? Hm... Nicht wirklich... Ja... Dann lass ich die nachher bei nächster Gelegenheit auf... Boah... Wir haben ja richtig viel Essen... Nice... Brauchen wir noch Fäden? Äh... Wenn wir den Bogen verdoppeln wollen... Ja... Also stärker machen wollen... Okay... Dann lass ich das mal... Äh... Brauch ich nicht... Gut... Äh... Was hast du noch? Hm? Äh... Ich baue mir jetzt ne Schaufel... Und dann fahre ich... äh Flint... Damit ich noch ein paar Pfeile machen kann... Ich hab nämlich 19 Federn... Gib dir mal noch... Äh... Fleisch... Äh... Ne... 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 Äh... Unbedingt mehr Eisen mitnehmen sollen... Fällt mir auf... Damit wir die Rüstung besser hätten verkraften können... So... Dann viel zu wenig mitgehen lassen... Jedes Mal hier so... So... Na gut... Also ich hab schon fast mal im Stack glaube ich... Ja jetzt hast du noch mehr... Am Pfeilen... Also nicht am Flint... Sondern am Pfeilen... Dann wär cool wenn du mir nachher noch ein paar Pfeile abgibst... Dann ich hab nur 10... Naja... Das mach ich... Und was machst du jetzt? Ich farme gerade ein bisschen XP... Ah ok... Da ich auf jeden Fall meine Rüstung verbessern möchte... Und ähm... Es geht zwar jetzt momentan nicht bei unserem Eisenbestand... Aber wir könnten ja nochmal zurück in die Oberwelt kommen vielleicht... Äh... Ich würde aber trotzdem noch gerne diese nächste Folge schauen... Ob wir noch irgendwo niederbar zu finden... Ja... Wir sollten aber nicht zu weit weg vom Spawn gehen... Weil der verkleinert sich ja demnächst... Äh... Weiß nicht ob Squash daran gedacht hat... Hier im Nether auch ne... Ja... Ist... Warte... Ok gut... Squash plant die Dinger eigentlich immer sehr gut durch... Letztes Jahr war auch wieder... Im Nether ne... Wand... Die sogar ziemlich praktisch war... Konnte man sich schön dran lang bauen... Das klapp aber glaube ich auch mal an Artäre... Vielleicht gab's auch mal in Maru... Ich weiß nicht... Da gab's überhaupt gar keine Nether Wand... Wenn du rein theoretisch... Unänglich weit in die Seite reingehen könntest... Erstmal aus dem Projekt abhauen... Wenn ich einfach Keime... Kannst du einfach... Du... Läufst dich einfach im Nether und ich findest Keime... Und du findest auch nicht raus... Ähm... Ich guck grad mal was wir noch brauchen könnten oder was nicht... Ich möchte mein Inventar etwas clean halten... Die... Axt könnten wir noch gebrauchen wenn wir nochmal Holz fahren... Also ich hab noch nur eine ne... Ja ich auch... Ach das haben wir da... Quartz... Quartz... Also und für die die sich grad wundern wegen meiner Facecam... Ähm... Ja heute... Mal etwas harmloser... Da ich... Von der Schule kam... Draußen war es nass... Die Frisur war im Arsch... Und ich hab keinen Bock das jetzt nochmal neu zu machen... Und der Schal ist einfach wegen Winterfeeling... Und ich will doch mit komplett... Unterscheidige Frisur vor die... Kamera sitzt... Ja mach ich ja gerade... Und da ist natürlich mal wieder Skype... Nicht auf beschäftigt gestellt... Lol... Okay... Ich glaube ich hab das auch vergessen aber ich hab keine Nachricht bekommen... Hab ich kurz mal Minecraft minimiert... Und man hat ja trotzdem noch gesehen dass ich auf dem Server bin... Äh... Ich hab noch 5 Gravel die wollen einfach nicht weggehen... Hm... Okay ich glaub mehr seh ich hier gerade nicht an... Ne da quacht's... Nach joinen wollte sonst keiner oder? Äh... Ich hab nichts in der Aufnahmeconfig glaube ich gelesen dass er jetzt noch jemand kommen wird... Schade... Und selbst wenn... Die wissen ja gar nicht wo wir sind von dem her... Ja aber... Wenn wer gekommen wäre... Ich glaube ich wäre rausgegangen weil ich hätte fighten wollen... Oh... Ähm... Ja... Ähm... Ähm... W... What did I say? Ja gut... Ist der alleine... Jason Hex persönlich... Ähm... Entweder ist ein Teampartner hat nen... Teilmotto oder so nen Scheiß... Tuch... 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 Er geht einfach nicht weg... Ah... Gut... Glaub ich jetzt ernsthaft die Hälfte der Folge verschwenden... Hahahaha... Auf allem wegen... Vier fucking Pfeilen! Hahahaha... Ah... Komm jetzt... ich werde heute nix will ich sag's dir ne irgendwie nicht alter ach jetzt hab ich ihn ich craft einfach mal feine wenn du hier weitermachen willst dann mach mal weit das war's letzter versuch ok ich verbrenne den scheiß alles klar wieso liegt hier kohle vor der tür so ich hab jetzt insgesamt ich hab einen zaubertisch da reingetan wollte ich gar nicht ich hab jetzt insgesamt eine halb 6 Pfeile ok dann würd ich sagen bauen wir unsere truhe hier ab und dann ich geb dir mal die dann hab ich jetzt noch 52 ich hab 62 so passt den kommt jetzt auch nicht an ähm gehen wir jetzt da hinten hoch oder da wo wir hergekommen sind hoch hast du alles mitgenommen? alles essen und so ein Scheiß? ja auf der Ding da steht auch nix mehr drauf ja gut dann können wir gehen ähm dann würd ich sagen gehen wir hier hoch oder? weißt du wo wir hergekommen sind? von da äh von der Richtung da deswegen würd ich hier hoch gehen ja gut dann lass mal versuchen let's try das ist immer ein bisschen scheiße ich hab ne enderperle ich überlebt das zu 100 ok ich werd wahrscheinlich eh vergessen da drauf zu switchen ähm weißt gut uh äh soll wir mal in der Richtung schauen? wie ging das doch weiter? sag ich doch ähm äh äh nö hier oben aber so ich will die xp noch so aaaah das ist ein Spawner ja wie viel Typen da drüben sind ja hier ist auf jeden Fall ein Spawner und ich würde sagen wir schießen den Blazer weg und bauen uns rüber äh hier hier rüber oder? Problem ist naja Problem ist das Ding da hinten so Problem wenn jetzt halt Nummer eins neues bauen ist das kacke dann sagst du mir das ok also eigentlich ist noch der eine aber ok schaffen wir und die Folge hab ich noch gar nichts gegessen nice doch die ganzen wieder Skelette vielleicht kriegen wir noch ein Widderkopf naja schritt wird mir eh nichts machen pool gedroppt hat nur Kohle oder? ja wo er jetzt runter geflogen wäre hier wow ok lass mal schauen vielleicht gibt's auch noch irgendwo netter was und hoffentlich hat hier keiner wieder irgend so ne Scheiße abgebaut naja ich glaube hier war noch keiner das ist der aufwendigere Teil ich geh rechts du geh ich hab's nice das gleich noch SoCenter oder so mitnehmen ich hab nur noch die Schaufel ich nehme noch SoCenter mit hier die Kisten sind auch noch leer da könnten wir vielleicht die erst die ja ja vier Stück vielleicht die erst die ja lass mal kurz hier durchsuchen ok durchsuchen fertig geh in die andere Richtung bei mir ist nichts so ich hab gesagt in die andere Richtung also von mir steht mir vor, wir haben glaube ich alle weißt du, für... äh, lass die auch noch mitnehmen, damit die anderen keine Ahnung braucht man Blaze Rods für irgendwas? ja, für die... auch abgesehen für einen Versaugungstisch, für irgendwelche Tränke oder so? äh, blaze...blaze Powder doch, oder nicht? ja, kann sein weißt du, ob man Gas-Tränen braucht? für Hals... äh, für Regeneration sind die erlaubt? das weiß ich leider nicht soll ich mal kurz nachschauen? wenn du raustappen kannst, ja ja, raustappen nicht, wie einfach mein Minecraft du musst halt jetzt aufpassen auf mich, ne? äh, eins, guck mal, ein Zombie-Hühnchen jetzt schlagst du als Arme-Typ doch nicht ja, was ist mit dem los? ok, ich wills nicht wissen, aber fliegt dann... HALT! oh, fuck! immer dasselbe immer die Sprint-Taste, ey! wär der laみたい, wär der grad runtergesprintet hä-hahaha ower schrecklich regelt julka- hahaha warte auf mich ja ich bin hier in der nähe teilnehmerliste nein alter ich bin schon wieder runter gesprintet folgende items sind nicht erlaubt ok op goldäpfel stärke tränke gift tränke schadens tränke speed tränke angel und sattel also scheint regenerations tränke erlaubt zu sein ok also ich bin hier schon wieder runter gesprintet ich bin so ein kleines opfer ich vorgehen ein opfer der sprinte taste also dann lass mal wieder in richtung nach hause gehen und gucken das war 40 20 ungefähr ich bin das schon wieder das falsche schwert noch zwei gold ich nehm ich mal mit ob sie dann können wir eigentlich nicht mehr brauchen oder obsidian höchst um uns irgendwie einzubauen oder so also wenn wir noch ein gold haben und noch ein apfel finden können jetzt noch mal ein gold dafür noch ich habe noch fünf gold im moment und noch mal was gefunden lassen auf jeden fall noch kurz hier durchsuchen weil wie gesagt hier sind die das ist echt nicht selten und umso wie sie die acht hinten ist schon wieder in der festung weißt du wie lange wir schon aufnehmen ähm ja wir nehmen so ok ja dann lass kurz hier hinstellen da kommt doch noch irgendeine nachmeldung im chat oder war die schon da mit 15 minuten da jetzt ok also dann dann hoffen wir es hat euch gefallen und bis zur nächsten folge ciao